Genau, hoi Zuschauer, hoi zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu einem kurzen Live mit Nadja. Wir wollen heute über verschiedene Dialekte reden und wir wollen euch einladen zu unserem Schweizerdeutschkurs. Ich habe einen Schweizerdeutschkurs immer am Montag am Abend um 8 Uhr und Nadja hat eine Konversationsgruppe immer am Montag am Viertel ab 8 Uhr und wir wollen nächsten Montag eben über verschiedene Schweizer Dialektwörter reden, wo man manchmal sogar so ist, dass wir Schweizer einander die erklären müssen. Nadja, welche Worte oder welche Wörter musst du am ehesten erklären, wenn du mit anderen sprechen willst? Von meinem Dialekt oder allgemein? Ja, von deinem Dialekt. Also, eben Bölle dünne, sicher. Also vor allem dünne, das sagt man nicht in der ganzen Schweiz. Das ist für Weile oder Kuchen. Bölle ist für Zwiebeln. Genau, also das ist so ein spezieller Kuchen, der unten einen Teig hat und dann entweder Früchte oder Gemüse oder so und dann so eine, wie sagt man das, Glasure? Nein, ich denke nicht, Glasure. Eine Füllung. Ja. Ich habe dem noch anders gesagt, aber ich bin heute glaube ich nicht mehr so. Ein Belag. Ein Guss mit Mäh, Mäh und Nei. Genau, ja. So, oben drüber. Ja. Und vielleicht Zucker, je nachdem, ob es ein süsses Weinen ist oder eben süssig dünne oder nicht. Ja. Und Kuchen ist so mehr generell, aber es gibt auch Leute, die dem Kuchen sagen. Ja. Mhm. Und du hast gerade vorher gesagt, dass Kinder so eine spezielle Aktivität haben. Mal schauen, was unsere Zuschauer sagen. Wissen Sie, was das Wort heisst? Du mal da uns einführen. Was die Kinder... Gereizeln. Genau, Gereizeln. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet und das ist auch ein ganz neues Wort für mich. Ich sage Ritteseilen. Also, ich mache das eigentlich noch gerne, auch heute, wenn ich irgendwo... Ich auch. Oder wenn die Kinder noch kleiner gewesen sind und ich mit ihnen auf den Spülplatz gegangen bin, bin ich noch gerne auf das dritte Seil gesessen und habe ein bisschen dritte Seil gesessen. Und du tust sie reizeln. Genau. Wir haben... Also, wir sind zu Hause, ohne Kinder, wie haben wir einen im Garten gehabt. Mhm. Genau. Wir haben gerne reizelt. Und dann kommen dann noch andere Wörter zum Sinne, so Schweizerdeutsch, wo wir anders reden, die in verschiedenen Dialekten anders sagen. Also, zum Beispiel für Mengisch sage ich auch Amelt. Ich glaube, da gibt es noch Amix und Amel. Genau. Amel. Genau, genau. Das sind so kleine Wörter, wo man so dazwischen drin sagt, so jeweils auf Hochdeutsch Englisch. Und ich sage Amix. Da fragen die Leute auch manchmal, was ist das für ein Wort, das Amix. Und dann, ähm, Berner sagen auch für immer. Kennst du den Ausdruck, was Berner sagen für immer? Immer. Geng. Geng oder Geng. Geng? Okay. Nein, habe ich nicht gewusst. Du hast zu wenig Kontakt. Ja, ich habe zwar mal eine Zeit lang in der Region von Bern gearbeitet, aber... Ja. Ich bin eine Spezialistin. Ist auch schon länger her vielleicht, gell? Ja. Also, Berner, die Geng, langsam reden. Nein, das ist so das Gleiche, das man hat von den Bernern, dass sie langsam reden. Aber das... Ja, also ich verstehe es eigentlich schon. Einfach zwischen den Worten, das halt völlig anders ist. Wie sagen wir mal in meinem Dialekt. Ja. Aber man kann es trotzdem das meiste gut verstehen. Ich habe einen Schwager, oder nein, das ist der Mann von der Cousine und der ist ein Berner Oberländer. Und bei ihm habe ich manchmal Mühe. Also, bei ihm muss ich noch jemanden nachfragen, was hast du jetzt gesagt? Wie meinst du jetzt das? Ja. Ja. Oder wenn du... Wenn Bienen, die machen Honig, ja? Mhm. Gibt es da auch noch ein anderes Wort dafür, auf Schaffhauser Deutsch? Für Honig, nein, sagen wir Honig. Ja. Und wir sagen zum Teil auch Beienhung. Also, im luzernischen oder bernischen Beienhung. Also, von der Bienen, der Honig. Beienli sind Bienenli. Ja. Und ich habe Deutsch gesprochen und habe gesagt, hey, schau mal da, das Sommervögel. Und sie haben rumgeschaut und gesagt, ah, was ist das? Also, wir sehen nichts, es hat doch kein Vögel da. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Schmetterling, sehen wir das nicht? Und ich sage, ah, ja, Schmetterling, das ist klar. Aber Sommervogel ist scheinbar gar nicht hoch. Okay, nein. Aber das auch nicht. Das habe ich irgendwie gar nicht gewusst oder mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Aha. Wenn wir Vögel gesucht haben, haben sie kein Vögel gesehen, weil es ein Schmetterling ist. Und so gibt es einige Wörter, die wir uns gegenseitig erklären müssen im deutschen Sprachraum. Und ich denke, wenn Leute Schweizerdeutsch lehren, dann haben sie sicher auch das Recht zu fragen, hey, was hast du jetzt gesagt? Was ist das genau? Und am nächsten Montag werden wir noch genauer darüber reden. Du mit der Konversationsgruppe, ich in der VIP-Gruppe. Und wir laden euch alle ein, dass ihr zu uns kommt. Auf SwissGermanOnline.com könnt ihr euch einschreiben. Und ja, es hat mich gefreut, mit dir zu reden. Und ich wünsche dir noch ein schönes Ende der Woche. Und noch einen schönen 1. August. Genau, jetzt habe ich vergessen zu sagen. Das ist schon. August, ja. Du feierst heute? Ich glaube nicht gross. Ich gehe mal etwas essen, aber nicht. Ich habe einfach meinem Freund gesagt, einen schönen 1. August. Aber vielleicht muss ich einen Tafel Schokolade kaufen oder so. Von der Schweiz. Ich habe mit mir telefoniert und wir haben uns auch alles Gute gewünscht und so. Aber, ja. Irgendwann letztens habe ich mal ein Fondue gekauft. Mir kommt es da über, aber es ist ein bisschen tue. Ja. Ja, gut. Aber mir geht das immer irgendwie im Kopf rein und wieder raus. So, ah ja, es ist erst August. Ja. Also, aber alle Schweizer Ex-Pats und überall, die jetzt feiern, denen wünsche ich uns ein gutes Fest. Und ja, es ist eigentlich schon etwas zu feiern, dass wir unsere Schweiz haben und frei haben. Genau. Genau. Also, mach's gut. Ja, du auch. Ja, tschüss. Ja. Vielen Dank.